heute ist die zeit etwas eng bei mir deswegen gibt es nur ein arm day minimal ich verwende heute die bowflex mit 16 kg für die hammerboards das gewicht ist vollkommen ausreichend ich habe das schon getestet weil auf arbeit habe ich sehr viel ziehen müssen und somit sind die arme auch schon etwas vorbelastet und das gewicht reicht heute vollkommen aus also wird definitiv ein guter trainingsreiz gesetzt mit der bowflex